Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei Battlefield 1. Mit dabei sind heute der Roman, der Tim, die Smea und der, ja, Rally, hallo. Und wir spielen The Map Weiß Ich Nicht Mehr. Battlefield 1 auf jeden Fall. Malte. 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 Das ist aber auch immer geil, wenn der sich einfach so direkt davor schleicht vor die Anmods, ja? Das mach ich jetzt. Ja, hab ich lange nicht mehr gemacht. Gut, auch mal Zeit, ne? Aua, Aua, Aua. Eros, wenn Eros gebührt. Ja, komm her, ich hämme dich. Ja, ist schon gehalten. Habe ich schon. Oh. Nicht gekriegt. Oh. Oh shit, oh fuck. Ach. Ah, schon wieder. Ah, jetzt bin ich doch zu dumm. Ah. Halt. Aber oben rechts auf dem Berg. Aua. Hier, erste Hilfe. Hm. Stürzt mir jetzt nicht weg. Ich komme hier nicht hochgesprungen. Ach, das sieht doch ziemlich albern aus, möchte ich mal so gut auf dem Rande. Ja, sah nicht so galant aus, das ist recht. Großer AOL-Palest. Oh nein. Wo, 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 wo. Oh. Oh nein. Oh, ich hab den. Oh, Mann. Ich stück. Oh. Das ist ja mal das hier. Ich bin ein ganzes Rhetor dreulaufen. Bum, 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 bum. Aua. Aua. Da hat mich einer angefickt. Bitt. Ich kостоcke mir. Maschinen-Gewehr, Alter, die Zweifel! Mist. Schieferzauber. Na komm. Ach, das ist ein Haubitze, was ist denn da? Den hab ich. Da ist noch einer. Den hab ich. Hey Leute, wo seid ihr? Gut. Komm. Ah! Granate, Granate! Oh ja, es hat sich so ergeben. Boah, dieses dumme Gas. Ich hab' ich. Boah. Mit der Verfechter von Gasgranaten. Ich treff' ihn nicht! Boah. Ja, wenn sie mit dem Gegner vor die Nase nügt, ist das gut. Oh, Granate! Wo sterben die denn alle? Hab' ich direkt so Bilder vor Augen, wo man in so'n Krieg bin. Was ist denn hier los? Also, irgendwie bin ich hier falsch. hate noch mal, wie es hilft. Völlig planlos. Woh? Woh? Woh, bitte geht's zur Front? H-hm. 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 Hau'ar. Oh! Oh, es sind zwei hinter mir! Ähm. Wir jetzt an der rechten Seite der Brücke. Ah, da ist'n die eine Menge. Ah! Ah! Volle濃! Ach, Mensch. Scheiße, da, Elende. Wer flucht denn da so? Alter, wir haben echt alles verloren. Nur weil ich als Speer unterwegs bin. Befehl auf Echo. Wo sind wir? Schau mal, woher die Balletten denn da hin, ey? Trägt mich auch gerade. Oh, da scheint auch jemand zu sein. Oh, Gas. Ja, die sollten wir einfach markieren, das macht den Mitspielern wesentlich einfacher. Ja, da hast du recht. Da unten ist ein Scharfschützer. Da bettelst du hier, da hast du so Knacken, da gab's das so extra als Not so ein Markiergerät für die Waffe, das war ziemlich leid. Ich hab'n, da vorne markiert. Ich hab'n ganz viele markiert. Ah, markiert. Jetzt sterbe ich. Warum gibt's denn? Schnell, ein Medi-Pack. Nein. Auf. Juhu. Ach, kann noch einer. Da oben ist einer. Oh nein. Ich zieh' doch die Gasmaske! Ach, da bin ich noch eine Panzerabwehrgranate. Da ist ein Sunny! Und er läuft wieder weg. Ja, halt dann nicht. Hier! Erste Elfe! Ach nein, nicht schon wieder Gas. Oh! 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 Was ist hier los? Ich hab' gedacht, dass sie sich rettet. Das ist ja wie Oprah Winfrey. Und du frisst ne Kugel! Und noch du frisst ne Kugel! Und du frisst ne Kugel! Und du frisst ne Kugel! Oh, die kommen vielleicht auch. Wetten! Ersatz Sunny rein, ich kann das nicht mehr. Das ist unerträglich, gell? Erste Hilfe! Erste Hilfe! Nimm's Gott! Was ballert denn hier sowieso verrückt? Nein, das ist jemand mit so nem Flammenwerfer. Einsatzziel Emil. Eieieiei! Ich nehme D1. Jetzt bin ich tot. Na, das macht nix. Oh, wir verlieren sogar Echo wieder. Oh, wir kriegen richtig hart diese Runde auf. Zeig! Geht's doch unten runter, ne? Ja! Aua! Links! Oh, Alter! Da unten ist ja alles voll! Jep! Einfluss! Hm! Mh! Mh! Waren die alle unten? Ja, eine sehr heroische Runde, die wir hier spielen. Ja, auf jeden Fall. Renate! Ja, da oben sind welche. Oben sind auch welche, ja. Ich meine, Brandgranaten sind nämlich losgegangen. Mal, da unten sind welche. Halbzeit! Der Feind hat die Umnahme. Geht's halt! Du sollt mehr fallen. Funktionieren gut! Kommt ein Schutz, macht zwei Plätze frei! Einer frei! Geht's halt! Ach, Mann! Alter, wie ich ihn nicht treffe und dann kommt da direkt noch ein zweiter, ey. Alles was? Da ist ja jemand schon wieder salty in den Kommentaren. Geh mal bei B rein, versuch mal A zu holen. Ey, wisst ihr worauf ich jetzt mal so richtig Bock hätte? Kennt ihr diese, diese, nehmt zwei Fruchtgummis, diese gefüllten? Was für gefüllte Dinge, was? Es sind so gefüllte Fruchtgummis von den zwei. Ja, gibt's. Geil. Boah, mega, ey. Und davon die Joghurtteile. Ey, leck mich auf, hör mir auf, jetzt sag ich Junge. Wir verlieren Einsatzziel Berta. Was? Ach ja, komm. Da drin ist einer mit der Schrotze. Ja, komm, da ist auch noch was von hinten, ist gleich. Also im Bereich ist noch keiner. Und mein Sound sagt, wenn das so einer ist. Wie, dann Sound sagt der, oh man, da ist irgendwie, oder was? Ne, der ruft da rum. So. Aua, da ist er doch. Oh, ich muss hier nicht rum. Wo geht denn, der ruft halt. Ne, ich hab wohl nur beschossen. Einsatzziel Albert, erobert. Nicht rausgefunden, wo er ist. Ah, scheiß drauf. Gehen wir lieber auf B. Ja. Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Heilerlein. Sind die? C, hab ich einen markiert. Eine, eine ist hier. Ist immer noch einer draußen wahrscheinlich? Ich guck grad draußen. Alter, der ist ja, der ist ja immer noch da drin. Ich, wie kann ich denn hier gemessert werden, wenn da lauter Leute von uns durch die Gegend rennen? Oder sind die jetzt alle weggemacht worden bei B? Die sind alle weg. B ist jetzt frei. Siehst den ja oben an der Fahne. Ja, aber irgendjemand hat mich ja gemessert. Ja, aber der Wut hat dann nach dir gekascht. Guck mal, vielleicht ist ja das Rentenlein. Ich glaube nicht. Nein, weil, von wegen, der hat dich dann gemessert. So aus Spaß. Ja, unser Zug. Ja, hallo. Da bist du ja drin. Ja. Ja. Ich komm zu dir. Nee, alles voll. Mist. Ja. Ich schau mit. Ich schau mit. Ja, ich auch. Es kommt nämlich nicht mehr raus. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ich hatte mich erschrocken, ey. Ich konnte mit der Schott gar nicht direkt hinter mir ums Eck. Ich hatte aber auch irgendwie eine blöde Idee alleine versuchen, A zu, wieder zurück zu holen. Mhm. Ja, ist auch schon hoch geworden. Oh nein. Nein. Gut, dann gehen wir auf Delta. Die hüpfen sich wieder auf A und B. Die Zug ist ein Platz frei. Ja, ne, ich geh lieber auf den Country. Oh nein, nicht jetzt. Danke. Oh, aus dem Gang rechts. Oh. Boah! Ja, Mann. Erste Hilfe. Hier sind Radar. Wir haben ein... Abheben. Ja. Wollte gerade über die Straße gehen, weißt du. Wir haben Einsatzziel David erobert. Ich muss ein bisschen näher ans Mikrofon, glaube ich. Ich verstehe gar nicht, was du sagst. Ich sage eben so wie die Lehrerin von Pienaß. Das stimmt. Ich sagte, ich gehe bei C rein. Na also geht doch. In Richtung Bärbel. Was? Geht es Richtung Bärbel? Ich dachte das heißt B-A-Arm. Ja, schlecht hier. Wir fahren euch nicht holen. Boah. 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 Oh nein, das meine ich auch noch. Wir verlieren ein, das Ziel zählt an. Hier, Erz-Helfe. Woher hat er mit einem Platz? Der ist ein canaler. Kann ich auf jemanden die Wagen zum Spawn? Na, kein Problem. Das ist unser Gas. Nicht. Ich sehe auf ihn gar nicht im Moment. Da ist es unser Gas. und da geht er da und da liegt noch einer rechts oben glück gehabt ach fickt euch doch alle unter beschuss ich habe keine munition hier oben liegt was kommt zu dir bleib stehen ich bin da danke ich kann dir helfen wo ist denn da keine hat dich noch gerecht ich sehe mir die wunde mal an alter artillerie ja meine ich ja die holen schon wieder dieter na komm du bist drei meter entfernt echt jetzt nein jetzt habe ich sie wieder abgesetzt setzt doch wieder auf bitte wir verlieren einsatz drück dich wieder hin liegt auch noch einer möchte was die die sie ist ein her das diese Nein, und der kriegt mich natürlich. Fuck. Erste Hilfe, nicht schon. Erste Hilfe. So, danke. Doch. So, habt ihr die geschmissen? Ja, meine. Vorsicht, falls die von da kommen, weißt du. Ah, von hinten hin, im Bunker sind sie drin. Aua, nein, draußen vorm Bunker, direkt an der Flagge. Aua. Habt ihr nicht gesehen, wer hat denn da... Svea, du hast nicht aufgepasst. Was denn? Da läuft einer innen im Bunker. Da ist noch einer. Ah, Mist. Waren zu viele. Das? Da hat er mich gemessert. Ivan et Niosch. Vor allem so aus dem Hintergrund. Der Arsch! Mh. 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 Auf mich zu... nachzuäffen. Nein. Doch. Ich mach's selber ganz oft Mh. Ja. Mh. 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 Hier hinten ist er doch. Okay, Siobi, wo ist er hin? Also ein Hapis. Ah, das war der wahrscheinlich hier. Ja, das war der. Wir haben uns verfolgt schon. Oh, der weiß. Bam, 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 bam! Oh! Oh! Ich hab ihn verbrannt! Ja, er ist tot verbrannt. Entschuldigung. Ich helf dir! Danke. Ich glaube, ich falle ihn jetzt mal von hinten in den Rücken. Also, von wo auch sonst in den Rücken fallen. Ah, ich wurde gerade gespitzhaft. Oh Gott, der ist oben auf dem Felsen oben links. Ich wusste gar nicht, wo er hin kann. Oh, ne. Das war ja. Das war ja doof. Ach, Mann. Ich wollte mich auch von hinten anschleichen. Wieder nix. Wir verlieren. Oh. Wir verlieren. Ich hab das jetzt mal auf männlich umgestellt. Wie ist die Alte nämlich furchtbar auf den Saft gegangen? Echo. Echo wird genommen und Delta hat mal verloren. Also, geh ich jetzt erstmal auf Echo. Ja, wie? Ich bin bei dir. Was ist denn hier schon wieder kaputt? Du ernstes Licht. Wir sind noch... Oh, die sind alle unten runter wahrscheinlich. Hm. Wie ist der hier? Warte, ich hab Brandgranaten. Die sind immer ganz nützlich. Ach, ich bin reingesprungen. Nein, da sind zu viele. Oh. Eieieieiei. Oh, ich stell dir aus da unten. Wie in Alien 2. Reicher sie aus! Reicher sie aus! Reicher sie aus! Geile Film, die kannst du auch mal wieder alle gucken. Schon? Ja, die waren ziemlich gut. Der vierte ist glaube ich der einzige, den ich nur ein einziges Mal gesehen hab. Der ist nie passiert. Der vierte war der schlechte? Ich dachte eigentlich... Der ist nie passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf rein! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!